Der größte Dirigent, dem ich begegnet bin, Pablo Casals. Der erste Kleine unter den Großen, Igor Stravinsky. Einer der einflussreichsten Gestalten unseres zeitgenössischen Lebens. Ich bin sicher, dass seinem Wirken geschichtliche Bedeutung zukommt. Bruno Walter. Ein genialer Dilettant. Arturo Toscanini. Mehr als ein Dirigent, mehr als ein Komponist und mehr als ein Pianist. Einfach ein wahrhaft großer Musiker und Mensch. Paul Hindemith. Männer wie er haben die für den Zauber der Diktatur so wichtige Rolle der Blender gespielt. Alexander Mitscherlich. Das ist einer der unangenehmsten Zeitgenossen, die ich kenne. Adolf Hitler. Ich bin gewiss, dass er niemals Nazi war. Auch kein Antisemit oder wenigstens nicht mehr als jeder Nicht-Jude. Und er ist sicherlich ein besserer Musiker als alle diese Toscaninis, Ormandis, Kusewitzkis und der ganze Rest. Er ist ein wirkliches Talent und er liebt die Musik. Arnold Schönberg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dies ist Tannik. Hier am Tegernsee verlebte Wilhelm Furtwängler mit seinen Geschwistern einen großen Teil seiner Jugend. Der Vater der Archäologe Adolf Furtwängler entdeckte die Landzunge, als er auf einer Radtour vor Unwetter Schutz suchen musste. Am Morgen breitete sich die schönste Landschaft um ihn aus. Er erwarb den Grund. Mithilfe eines Zimmermanns erbaute er 1899 ein Blockhaus. Die Kernzelle von Tannik, das inzwischen vielfach erweitert als Gästehaus im Besitz der Familie blieb. Adolf Furtwängler gilt heute als bedeutendster Archäologe seiner Zeit. Damals war er Leiter mehrerer Museen in München, Professor an der Universität und Autor von Standardwerken. Im internationalen Kunstleben bewies er als Kenner, Sammler und Lehrer unerschöpfliche Produktivität. Sein Schwabinger Gartenhaus war ein Zentrum. Ludwig Kurzius, sein bekanntester Schüler, erinnert sich. Von seiner Persönlichkeit ging eine hinreißende Wirkung aus, weil er immer aus der Fülle eigener Erfahrung und Arbeit sprach. Jeden seiner Schüler behandelte er als seinesgleichen. Er hatte viel Sinn für Witz und Humor, aber wer viel mit ihm umging, kannte auch die tiefmelancholischen Hintergründe seines Wesens. Außer der Natur war seine eigentliche Erholung die Musik. Furtwänglers von Hause aus schüchterne, süddeutsche Art hatte später einen freien, ins Große gehenden kosmopolitischen Zug. Er liebte Paris und französische Literatur, mischte in seine humorvolle Umgangssprache gerne englische Ausdrücke und hatte trotz seiner Neigung zu persönlicher spartanischer Einfachheit viel Sinn für Eleganz und internationales Leben. Nichts war ihm verhasster als der bürgerliche Philister und seine Welt. Die Liebe zur griechisch-klassischen Kultur war ihm von seinem Vater her vererbt. Dieser Großvater des Dirigenten starb als Gymnasiallirektor in Freiburg. Von ihm sagten die einfachen Leute, er ist nicht ganz richtig im Kopf. Er glaubt an Zeus. Der Stammhof der Familie, das Furtwängle, steht im Schwarzwald bei Furtwangen. Im Verlauf der Jahrhunderte gab es Bauern, Holzschnitzer, Orgelbauer, Uhrmacher, seit Anfang des 19. Jahrhunderts auch Schulmeister und Philologen. Von mütterlicher Seite kamen ähnliche Anlagen hinzu. Wilhelms Großvater, Gustav Wendt, war ebenfalls Gymnasialdirektor im Badischen und mit Johannes Brahms befreundet. Der Urgroßvater, Karl August Dorn, Entomologe, Übersetzer spanischer Dramen, muss ein hervorragender Musiker gewesen sein. Er sammelte Volkslieder europäischer Länder und trug sie leidenschaftlich vor. Zu den Freunden des Hauses gehörten Wilhelm von Humboldt und Felix Mendelssohn-Partoldi. Diese reiche, geistige Welt fand ihre Fortsetzung im Elternhaus des Dirigenten. In München, später auch in Tannik, entstand vor allem um Adelheid Furtwängler einer der ungewöhnlichsten Salons jener Tage. Kollegen des Professors, bekannte Gelehrte, Dichter wie Annette Kolb, Luandrea Salome, auch Rilke und Stefan George, gingen hier ein und aus. Adelheid Furtwängler war Malerin. Sie kopierte in der alten Pinakothek. Heinrich Wölflin hielt sie für die beste Kopistin Münchens. Wilhelm wurde als ältester Sohn 1886 noch in Berlin geboren, wo Adolf Furtwängler acht Jahre lang am Museum tätig war und den größten Teil seiner Werke geschrieben hat. Wilhelm zeigte zuerst Neigung zur Malerei. Erst als seine musikalische Begabung immer auffallender hervortrat und von Fachleuten bestätigt wurde, nahm sein Vater ihn aus dem Gymnasium. Er erhielt die besten Privatlehrer und wuchs sonst in völliger Freiheit auf. Wilhelm Furtwängler hat nie ein Abschlusszeugnis erworben, nie ein Konservatorium absolviert. Unterricht in Theorie, Kontrapunkt und Komposition gaben Anton Berwalbrunn und Josef Rheinberger. Zahlreiche Kinderbriefe spiegeln diese Entwicklungsphase. Wir erfahren von Klavier- und Geigenstunden, von seinem Eindringen in die Welt der großen Musik, von ersten Kompositionsversuchen. Die Bewunderung der Erwachsenen irritiert ihn nicht. Er bleibt unbefangen, ein richtiges Kind. Aber früh schon erkennt er die Notwendigkeit, sich abzusondern, seine Umwelt zu reflektieren. Voller Selbstkritik versucht er eigene Wege zu gehen. Den wissenschaftlichen Unterricht gaben Schüler des Vaters, Walter Rietzler, der später Musikhistoriker wurde, und Ludwig Kurtzius. Es ist schwer, sich einen reizhinteren jungen Menschen auf der Schwelle zwischen Knaben und Jünglingsalter vorzustellen. Als mein Schüler war, der eben sein 13. Lebensjahr hinter sich hatte. Musik Wilhelm, der mit siebeneinhalb Jahren angefangen hatte zu komponieren, arbeitete unermüdlich. Lieder, Sonaten, Kammermusik, Chor- und Orchesterwerke entstanden. Niemand zweifelte daran, dass er Komponist werden würde. Fast ebenso sehr in Anspruch nahmen ihn Wanderungen und alle Arten sportlicher Spiele. Dies seine Geschwister Annele, Merit und Walter. Der Vater schenkte den beiden Söhnen ein Segelboot, das erste auf dem Tegernsee. Als der Polarforscher Frithjof Nansen nach Tannik kam und von seinen Expeditionen erzählte, ließ Vater Furtwängler sofort Skier aus Norwegen kommen. Wilhelm und Walter gehörten zu den ersten Skiläufern in den Bayerischen Alpen. Mit Skiern machte Walter später auch die Erstbesteigung des Kilimandscharo im Winter. Als Wilhelm 13 Jahre alt war, begann seine Freundschaft mit Berthele Hildebrandt, der sehr musikalischen jüngsten Tochter des Bildhauers. Er war vollkommen ausgewachsen, sehr schlank und groß, wild gelocktes Haar. Sehr starke Augenbrauen über seinen feurigen, schönen, ausdrucksvollen Augen. Sehr gelenkig und geschmeidig. Gescheit und frühreif wirkte er als Persönlichkeit ungeheuer begabt. Er hatte etwas Sieghaftes, etwas Einsames. Es war bezeichnend, dass er sagte, wenn ich keinen Grund habe, glücklich zu sein, dann bin ich unglücklich. Ich sitze hier im Wald unter gewaltigen Bäumen, heute besonders einsam. Ich fühle oft zu Zeiten ein dunkles, undeutliches Streben, ein Drängen, das mir tausend kleine Gedanken und Empfindungen gibt, aber keine Klarheit und Ruhe. Ich würde mich, glaube ich, immer wie krank fühlen, wenn ich nichts vor mir sehe. Es gibt eine Welt, die wir gemeinsam haben und die uns gehört und alle die Sachen, an denen mein Herz am meisten hängt und die kein anderer ebenso fühlt und weiß wie du. Und ich habe nie eine Herrlichkeit erlebt, als wie ich plötzlich und immer mehr fühlte, wie schön und herrlich alles in dir ist. Auf Ägina erlebte Adolf Furtwängler den Höhepunkt seiner archäologischen Arbeit. Schon bei der ersten Kampagne bewährte sich sein sprichwörtliches Glück. Er machte bedeutende Funde. Viele davon wurden im Museum von Ägina aufgestellt, darunter die berühmte Sphinx. Ein Bronzerrelief erinnert an den großen Gelehrten. Wilhelm durfte den Vater 1901 nach Griechenland begleiten. Adolf Furtwängler notierte, Er war jedoch auf der ganzen Reise nicht recht frei, der Außenwelt gegenüber zu sehr von seinem Innern okkupiert. Goethes Gedicht und die Briefe in der Tasche. Unzufrieden mit sich selbst. Hat Beethovens Quartette mit und liest in ihnen. Der Stil der späteren Quartette, besonders der Fuge, schwebt ihm immer als Ideal vor. Die Briefe in der Tasche stammten von Berthele Hildebrandt. An sie schreibt er täglich. Es ist eigentlich eine einzig schöne Landschaft hier. Die einfachsten Linien und dazu die Farben so stark und ungeheuer. Das Meer so blau wie der blaueste Himmel. Und wie ich gestern auf dem Schiff zum ersten Mal es sah, dachte ich, ich könnte eine ganze Welt umfassen. Ich weiß, dass ich ein außerordentlicher Komponist werden muss und sehr schöne Sachen schreiben kann. Aber wenn meine Kraft nicht groß genug ist und ich nicht das erreichen kann, was ich weiß, dass ich erreichen muss, dann weiß ich, dass ich einer der unglücklichsten Menschen werde. Hier in Aegina ist es eigentlich am schönsten von der ganzen Reise. Denn hier ist alles ruhig und einsam und eine herrliche Natur. Das ganze Aegina ist eine ziemlich große, sehr gebirgige Insel. Besonders ein Berg ist ziemlich hoch, jedenfalls sieht er sehr wild aus. Die Berge sind felsig und kahl, nur einige zerstreute Pinien darauf, die herrlich aussehen, ganz hellgrün, fast hellgelbes Laub haben. Auch Ölbäume sind in den Tälern eine Menge und Feigenbäume und Weinberge. Gerade jetzt kommt die Sonne zwischen den Wolken hervor und der Wind rauscht herrlich über mir in den Pinien. Ach, es ist so wundervoll einsam und ich wünschte nur, du wärst auch hier. Ich sehne mich auch sehr nach Musik. Ich lebe hier wie ein einsamer Schäfer. Allein durchklettere ich das Gestrüpp und die Felsen und setze mich hin und blase wie Damon meine Flöte, aber leider nur in Gedanken. Und niemand kommt dann still den Wald entlang, dem ich vorblasen möchte, sondern ich bleibe allein und bin traurig. Ich lebe hier wie ein einsamer Schäfer. Adolf Furtwängler wollte die ganze Insel archäologisch erfassen. Seine Publikationen über Aegina bildeten erst einen Anfang. Er starb im Oktober 1907 im Krankenhaus von Athen an einer Ruhr, die er entgegen den Anordnungen des Arztes auf seine Weise kurieren wollte. Er ist 54 Jahre alt. Sein Tod erschütterte die archäologische Welt. Die Fahnen an der Glyptothek Nie Karlsberg in Kopenhagen wurden auf Halbmast gesetzt. Man wusste um die Bedeutung dieses Mannes. In Athen wurde er mit den Ehren eines Staatsmannes beigesetzt. Sein Grab schmückt eine Kopie der Sphinx von Aegina. Die Fahnen an der Glyptothek Nie Karlsberg in Kopenhagen 1902 reist Wilhelm mit Ludwig Kurtius, dem späteren Leiter des Römischen Archäologischen Instituts, nach Florenz. Dort besaß Adolf von Hildebrandt ein Haus, in dem Kurtius auch dessen Sohn unterrichtete. Wilhelm kam in eine Welt, in der die Künste zu einem Kosmos zusammengeschlossen waren. Sie wurden nicht nur betrachtet, sondern gelebt. Michelangelo und Goethe, Beethoven und Kleist wirkten in dieser Umgebung ganz neu auf den 16-Jährigen, wurden zu Leitbildern. Er komponierte rasend drauf los. Sein Stil war hart und gewaltig. Alles Milde, alles Nachgeben des Gefühls war vermieden. Und Kurtius berichtet von diesem Aufenthalt. Wir zogen hinauf nach Archetri. Die Galina war die Nachbarvilla neben dem Torre di Gallo, wo der Tradition zufolge Galileo Galilei gewohnt hatte. Ein von der Zeit kaum berührtes, etwas heruntergekommenes Quattrocento-Schlösschen. Da war reines Land. Denn die Villa lag inmitten eines großen Ackergrundstücks, wo wir unter einem Kirschbaum am frühen Morgen Romer lasen und dazu Kirschen vom Baum pflückten. Und wenn ich gegen Abend den steilen Weg der Porta di San Leonardo vorbei aus der Stadt heraufkam und durch unseren Campo ging, dröhnte mir aus unserem Zimmer eine späte Sonate Beethovens entgegen oder ein eigener Entwurf Willis, den er aber sofort ängstlich verbarg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Als wir einmal zusammen in die Medicea-Kapelle gingen und verabredet hatten, dort vor den Figuren des Michelangelo nicht zu sprechen, war Willi plötzlich verschwunden, sodass ich mich ängstigte. Schließlich fand ich ihn hinter dem Altar auf dem Boden kauernd, eifrig notenschreibend. Es waren die Anfänge des ZDF. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Uraufführung fand acht Jahre später, 1910, in Breslau statt. 1911 dirigierte Furtwängler sein Werk in Straßburg. Erst 1967 kam es zur Erstaufführung des Jugendwerkes in der Berliner Philharmonie unter Hans Schmonpti. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Mit 20 Jahren, hier ein Porträt seiner Mutter, hatte Wilhelm zum ersten Mal ein großes Orchester dirigiert, das Keimorchester. Programm, ein eigenes Adagio und die neunte von Bruckner. Seine Komposition gefiel nicht, aber die große Begabung des unerfahrenen jungen Dirigenten wurde von vielen erkannt. Danach Etappen als Hilfskapellmeister oder Chorepetitor in Zürich, München, Straßburg. Dort dritter Kapellmeister unter Hans Pfitzner, er dirigierte Spielopern. Die nächste Station war Lübeck. 97 Kapellmeister hatten sich um den Posten des Konzertdirigenten beworben. Vier kamen in die engste Wahl. Furtwängler wurde einstimmig ernannt. Eine Musikfreundin, Lili Diekmann, berichtet. Es geht eine suggestive Gewalt von ihm aus, die sich aufs Orchester und Publikum gleichmäßig auswirkt. Seine äußeren Manieren sind allerdings noch unbeschreiblich komisch. Er schlägt mit seinen Armen wie eine Windmühle herum und verzieht sein Gesicht zu den grausigsten Grimassen. Die Beine haben wieder ihre speziellen Bewegungen, sodass das Ganze in einem Aufruhr ohne Gleichen scheint. Aber alles vergisst und vergibt man über das, was die Ohren zu hören bekommen. Im Frühjahr 1915 wurde Furtwängler als Opernkapellmeister nach Mannheim engagiert. Er empfand dies als einen der größten Glücksfälle. 1922 Nachfolger Arthur Nikischs im Leipziger Gewandhaus und bei den Berliner Philharmonikern, dem bedeutendsten Orchester Deutschlands. 1882 von 54 Musikern gegründet, die sich zum gegenseitigen unverbrüchlichen Zusammenhalten verpflichtet hatten, eine demokratische Kunstrepublik im Kaiserreich. Hans von Bülow hat dem Orchester Charakter, Disziplin, Präzision verliehen. Nikisch, Biegsamkeit, Farbe, Schönheit der Kantilenen. Furtwängler fand die Synthese und schuf einen symphonischen Stil, der bis heute gültig geblieben ist. Eine symphonische Produktion setzt voraus, ein Einfall, der von vornherein gar nicht anders als symphonisch und gar nicht anders als auf dieser großen Fläche verwirklicht werden kann. Ein symphonisches Stück setzt voraus zwei, drei, vier Themen, die sich aneinander erleben und aneinander wachsen und aneinander das werden. So wie etwa einzelne Figuren eines Dramas bei Shakespeare, die aneinander ein Schicksal haben. Wenn die sogenannte Reprise kommt, muss das etwas ganz anderes sein, auf einer ganz anderen Ebene als am Anfang, weil es schon so und so viel vorgegangen ist. Und dass der Eindruck, der zustande kommt beim Ganzen, ist eben durch das Zusammenwirken dieser Themen, dass das Einzelthema tut es nicht, sondern die Polarität zwischen den Themen. Theodor Adorno Ich selbst habe meine erste Erinnerung an Furtwängler aus meiner frühesten Jugend. Ich war 16 Jahre alt und mein damaliger Kompositionslehrer Bernhard Zeckles sagte mir, ich muss unbedingt am Abend den Tristan besuchen, ein junger Kapellmeister aus Mannheim, Wilhelm Furtwängler, dirigiere und so etwas hätte es noch nicht gegeben. Und ich war völlig überwältigt. Vielleicht darf ich hinzufügen, dass Furtwängler zu dieser Zeit keineswegs berühmt war. Die beseelende Kraft seines Dirigierens ist bis in die letzte motivische Verästelung der Musik gedrungen. Es hat keine tote Note dabei gegeben. Und das hat jedes Interesse an der Apparatur überwogen. Furtwängler war überhaupt nicht das, was man einen Dirigier-Virtuosen nennt, gar kein sogenannter geschickter Dirigent. Und es ist sehr seltsam, dass er trotzdem diesen Erfolg hatte und zu einem solchen Star wurde. Und ich würde sagen, kein schlechtes Zeichen für die musikalische Kultur, jedenfalls der Aufnehmenden seiner Epoche. Man sagt, das Dirigieren von Furtwängler sei subjektiv gewesen und sagt das sehr oft gemessen an den neusachlichen Vorstellungen kritisch und herabsetzend. Nun war er sicher insofern subjektiv in seinem Musizieren, als jeder Takt, den er schlug, vermittelt war durch seine außerordentlich hochgesteigerte Sensibilität. Aber niemals hat bei ihm die Subjektivität sich selbst um ihrer Selbstwillen bekundet, sondern diese Subjektivität war an der Sache diszipliniert. Ihm ging es darum, das subjektive Moment in den Texten zu erwecken und nicht etwa sich seine Subjektivität zum Gehör zu bringen. Trotz des Hanges von Furtwängler zur Romantik und zu seinen großartigsten Leistungen gehörte etwa die C-Dur-Symphonie von Schubert, die Freischutzuvertüre und vor allem auch Bruckner. Trotz dieses Hanges zur Romantik war er nicht das, wofür man ihn heute so gern hält, ein reiner Ausdrucksmusiker, sondern er hat einfach alle überhaupt sinnverleihenden Momente des musikalischen Zusammenhangs herausgearbeitet. Er hat, wie man das heute wohl nennen würde, musikalisch strukturell gedacht. Es ist sicherlich kein Zufall gewesen, dass er eine so starke Beziehung zu den Theorien von Heinrich Schenker hatte und immer wieder Heinrich Schenker konsultierte, wohl gar in gewissem Sinn als dessen Schüler gelten darf. Wollte ich versuchen, mit einem Wort die Idee Furtwänglers, ich meine die objektive Idee, nicht das, was er wollte, sondern was durch ihn sich darstellte, zu formulieren, so müsste ich wohl sagen, es wäre ihm auf die Rettung eines bereits Verlorenen angekommen. Darauf, dem Interpretieren, das wieder zu gewinnen, was es im Augenblick des Verlustes einer verbindlichen Tradition bereits einzubüßen begann. Die Jahre von 1922 bis 1933 sind die vielleicht glücklichsten seiner Dirigentenlaufbahn. Die Wirkungsbreite der philharmonischen Konzerte geht weit über Berlin, über Deutschland hinaus. Tourneen ins Ausland nehmen einen Umfang, eine Bedeutung an wie nie zuvor. England, die Schweiz, Holland, Österreich, Italien, Skandinavien, Frankreich werden bereist. Am Beginn dieses Zeitabschnittes im Jahre 1923 heiratete Furtwängler die Dänin Zittler-Lund. So sehr sein Privatleben hinter dem eigentlichen, dem musikalischen, zurücktrat, Frauen haben darin stets eine Rolle gespielt. 1927 wurde Furtwängler Ehrendoktor der Universität Heidelberg. Andere Ehrungen folgen. Goethe-Medaille, Kreuz der Ehrenlegion, Pule Merit. Furtwängler besitzt Weltruhm. Er hat schon zweimal in den USA gastiert. Auch die Wiener Philharmoniker ernennen ihn 1927 zu ihrem ständigen Dirigenten. Er ist es zunächst nur drei Jahre. Aber die enge künstlerische Bindung bleibt bis zuletzt erhalten und trägt in Wien und Salzburg Früchte. Als Bayreuth nach Siegfried Wagners Tod um seine Existenz bangt, wird Furtwängler berufen. Er entzieht sich der Aufgabe nicht, trotz vieler Bedenken. Wiederholt kehrte er in die Festspielstadt zurück. Zuletzt 1954. In seinen symphonischen Programmen finden sich häufig Werke, die er vom Klavier aus leiten konnte, wie zum Beispiel das fünfte brandenburgische Konzert. Joachim Kaiser. Er spielt keineswegs so, wie Kapellmeister oder gar Korrepetitoren spielen. Also derb, so oben hin, mehr mit dem Sinn für die große Linie als für das pianistische Detail. Im Gegenteil, Furtwängler spielt außerordentlich intim. Er lässt nichts unbeseelt. Er spielt wie ein Spätromantiker. Aber da, wo andere nur einzelne Noten sehen, gewissermaßen Sterne, da entdeckt er sofort Sternbilder. Man kann sagen, dass er überhaupt keine Rollfiguren, nicht so bloß barockes vor sich hin plätscherndes gelten lässt, sondern alles mit einer außerordentlichen, fast einzigartigen Individualität des Empfindens beseelt. Aber nicht nur das. Denn es erweist sich sofort, dass Furtwängler, auch wenn er Klavier spielt, nicht nur fürs intime Sinn hat, sondern auch fürs große, fürs dramatische. Diese Kadenz aus dem fünften brandenburgischen Konzert von Johann Sebastian Bach ist ja ein seltsames Stück. Alle Welt redet immer von dem bedeutenden Sinn für Proportionen, der in der Barockmusik vorherrschte. Aber wenn man das Stück näher schaut, dann ist es doch fast verwunderlich, dass da ein konzertanter Satz plötzlich abbricht und mitten in ein verhältnismäßig kurzes Stück eine ungeheuer lange, ungeheuer ausdrucksvolle, alle Proportionen eigentlich doch sprengende Kadenz eintritt. Furtwängler weiß das nicht nur, sondern er fühlt es auch. Er spürt und er lässt spüren, dass da ein großer Auftritt stattfindet und darum bringt er es zu Wege, dass kurz bevor dieser Einsatz des Klaviers stattfindet, alles beinahe erstarrt. Er spielt immer langsamer, die 32 stören ihn überhaupt nicht. Das Klavier und das Orchester, beziehungsweise das Cembalo und das Orchester, aber er benutzt das Klavier, die vereinigen sich zu einem riesigen Doppelpunkt und dann findet nahezu emphatisch ganz langsam der Auftritt des Helden, also das sogenannte Solo, statt. Was Solo heißt, was solistisch ist, das macht Furtwängler hier am Klavier viel klarer als irgendeiner der anderen großen Pianisten oder Cembalisten es bisher je getan hat. Denn nicht nur, dass er den Doppelpunkt, von dem an dann der Solo-Auftritt stattfindet, außerordentlich hervorhebt, der Held, der sich da äußert, also das Klavierthema, spricht doch plötzlich viel langsamer. Man merkt, er ist allein, er meditiert, er verliert sich. Und dieses Element der Meditation ist, wenn Furtwängler spielt, so ungeheuer groß, dass es fast Züge einer gewissen barocken Mystik annimmt. und das Mannsauber, wenn Furtwängler spielt, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Furtwängler ist zuweilen vorgeworfen worden, er habe die zeitgenössische Musik nicht ausreichend berücksichtigt. Gerade die Programme der philharmonischen Konzerte widerlegen es. Gleich in der ersten Spielzeit bringt er Skriabin, Arnold Schönbergs Orchestervariationen, als Uraufführung. In den folgenden Jahren Sacre de Printemps, Petruschka, Feuervogel, Kuss der Fee. Schließlich Stravinskys Klavierkonzert mit dem Komponisten am Flügel, eine Berliner Erstaufführung. Werke von Honegger, Casella, Busoni, Kodai, Fitzner, Prokofjev, Respighi, Sibelius, Max Trapp und Wladimir Vogel folgen, auch Bartok und Hindemith. Allerdings blieb er skeptisch, ja weitgehend ablehnend, Werken gegenüber, die die Gesetze der Tonalität sprengten. Jahre später notierte er in seinen Kalenderheften. Ich würde es mir selber nie verzeihen, wenn ich nicht mit tiefster Anteilnahme den Lösungen und Bemühungen der Stravinsky, Honegger, Hindemith, Bartok und so mancher anderer begegnete. Dass ich aber im Übrigen mein eigenes Urteil modernen Werken gegenüber so wenig zu verbergen wünsche wie alten gegenüber, ist richtig. Ein Thema, eine Stimmführung, ein Kontrapunkt, den ich mit dem Ohr allein nicht klar und deutlich wahrnehmen kann, existiert für mich nicht. Ich bin der Meinung, dass die Aufgabe des Künstlers ebenso eine Versinnlichung des Geistes als eine Vergeistigung der Sinnlichkeit ist. Mit der Möglichkeit, einen Gegner statt ihm mit geistigen Waffen zu begegnen, durch brutale Machtanwendung niederzuknüppeln, hat das Leben Europas, ja das Leben der Welt, an Interesse und Wert unendlich verloren. Furtwängler galt als bedeutendster Dirigent Deutschlands. Undenkbar, dass seine künstlerische Position durch politische Geschehnisse erschüttert werden könnte. Bald aber zeichneten sich die ersten Auseinandersetzungen ab. Als er am 24. November 1934 ganz entschieden für Paul Hindemith eintrat, erreichten sie ihren Höhepunkt. Furtwängler legte sämtliche Ämter nieder und wurde zeitweise mit Ausreiseverbot bestraft. Er ist seitdem keinerlei vertragliche Bindungen mit dem NS-Staat mir eingegangen. Er nahm sich Zeit, begonnene Kompositionen zu vollenden. Etwas, das insgeheim schon lange sein Wunsch gewesen war. Im März 1937 Uraufführung der ersten Violinsonate in D-Moll mit Hugo Kollberg, dem Konzertmeister der Berliner Philharmoniker. Im Herbst des Jahres Uraufführung des Symphonischen Klavierkonzertes mit Edwin Fischer am Flügel, mit dem er auch später immer wieder konzertierte. Als ich mein Klavierkonzert aufführte, hatte ich das Gefühl, denjenigen, die zuhören konnten, den Ausblick auf eine große und erschütternde Tragödie zu geben. Dieses Konzert, ein symphonischer Dialog, wurde 1965 eröffnet. In der neuen Berliner Philharmonie von Zubin Meta aufgeführt. Solist war Daniel Barenboim. Ich war zehn Jahre alt, als ich ihn getroffen bin, zum ersten Mal in Salzburg. Und der Einfluss war so groß, dass ich kann heute nicht einmal Musik machen, ohne zu denken, wie würde das der Furtwängler denken oder machen oder sowas. Und das bleibt, ich glaube, für immer. Und das ist das Größte, das man sagen kann über einen Interpret. Ich werde jetzt noch ein paar Takte aus der Kadenz am Schluss den ersten Satz spielen. Die wichtige Sache auch über dieses Klavierkonzert ist, dass es schließt eine Lücke in der Repertoire, weil es gibt kein spätromantisches Klavierkonzert, nicht von Bruckner oder Mahler. Und deswegen ist es auch sehr wichtig als Komponist, dass dieses Stück da ist. Und ich glaube, man soll das eigentlich viel mehr spielen, als man das tut. Und ich glaube, man soll das eigentlich viel mehr spielen, als man das tut. Und ich glaube, man soll das eigentlich viel mehr spielen, als man das tut. Und ich glaube, man soll das eigentlich viel mehr spielen, als man das tut. Im Kriege war das Konzertleben durch Bombenalarme und Reiseschwierigkeiten gestört. Es begann die Zeit der Behelfsäle, der Stromsperren, der Fliegeralarme, die manche Konzerte für Stunden unterbrachen. Es begann die Sorge um die Weiterexistenz des Orchesters. Viele jüngere Mitglieder sollten eingezogen werden. Konzerte für Verwundete, Konzerte vor Arbeitern fanden statt, wie hier in Berlin bei der AEG. Man hat mir oft die Frage gestellt, warum ich überhaupt in Deutschland geblieben bin. Ich hätte es doch nicht nötig gehabt. Meine Stellung zum Nationalsozialismus war von Anfang an klar. Ich habe ihr stets unzweideutig Ausdruck gegeben. Zunächst konnte ich weiterarbeiten. Aber Schritt für Schritt häuften sich die Schwierigkeiten. Zwar gelang es mir, in meiner privaten Sphäre unangetastet zu bleiben. Auch mein Orchester blieb zunächst vollzählig erhalten. Aber ich konnte nicht verhindern, dass sich das Musikleben unaufhaltsam veränderte. Man machte mir immer mehr Schwierigkeiten und schließlich zeigte sich an dem Fall Hinde mit, dass die Freiheit der Kunstausübung beendet war. Ich legte meine Ämter nieder. Ich hätte damals emigrieren, als Märtyrer gelten und von draußen den Kampf gegen den Nationalsozialismus führen können. Ich bin aber geblieben. Nicht, weil ich meine Anschauung geändert hätte. Ich habe, wo es möglich war, Widerstand geleistet. Ich habe nicht in militärisch besetzten Ländern dirigiert, weil ich nicht im Gefolge von Tanks und Kanonen auftreten wollte. Ich vertrat und vertrete die Ansicht, dass Kunst nichts mit Machtpolitik, Krieg und Völkerhass zu tun haben darf. Es muss Dinge geben, die darüber stehen. Die politische Funktion der Kunst, gerade in unserer Zeit, ist es, überpolitisch zu sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Februar 1945 gelangte Furtwängler vor einer drohenden Verhaftung gewarnt zu Frau und Sohn in die Schweiz. Seine Zukunft war ungeklärt. Er durfte weder auftreten, noch nach Deutschland zurückkehren. Schweizer Freunde halfen, die äußere Situation zu meistern. So lebten wir in der Klinik La Prairie, die Dr. Nihans führte, in zwei Zimmern. Und waren sehr beschränkt in unseren Ausgabensmöglichkeiten. Trotzdem war es ein großes Glück für Furtwängler, dass er nun endlich Zeit hatte für seine Kompositionen. Nie wäre die zweite Symphonie fertig geworden, ohne diese Unterbrechung von zwei Jahren. Natürlich waren die seelischen Umstände schwierig. Wir hatten keine Nachrichten aus Deutschland, beziehungsweise die Nachrichten, die wir über das Radio bekamen, waren so negativ, dass wir uns größte Sorge machten. Aber die Natur, die unglaubliche Schönheit der Gegend, war eine Hilfe. Er äußerte damals verschiedentlich und später mit Trauer, was für Zeiten sind das, die wir jetzt erleben können, endlich einmal ohne diesen Dirigentenrummel, der doch wieder auf mich warten wird. Was er fürchtete, obwohl er es natürlich auch wieder anstrebte. Dezember 1946. Endlich kam es zur Entnazifizierungsverhandlung in Berlin. Vierfache Polizeikontrolle, überfüllter Sitzungsraum. Bildreporter, Kamera und Presseleute. Bei der zweiten Verhandlung wurde Furtwängler entlastet. Doch vergingen Monate, ehe die Alliierten diese Entlastung bestätigten. Boleslav Barlog, heute Intendant am Schillertheater in Berlin, trat für Furtwängler ein. Ich schrieb damals für eine Berliner Zeitung. An dieser Stelle sei einmal festgestellt, Furtwängler war einer der wenigen großen deutschen Künstler, von denen mir ein kräftiger und offener Widerstand gegen die Nazis bekannt geworden ist. Wissen die Leute nicht, dass Furtwängler noch 1935 in Berlin öffentlich Mendelssohn dirigiert hat? Nichts von seinem Eintreten für Hindemith, nichts von seinem Sich-Einsetzen für rassisch und politisch Verfolgte in Hunderten von Fällen? Nicht nur bei Musikern? Dazu eine Äußerung aus dem Propagandaministerium. Und zwar ist das eine handschriftliche Notiz von Herrn Dr. Goebbels gewesen. Es gibt überhaupt keinen dreckigen Juden mehr in Deutschland, für den sich Herr Furtwängler noch nicht eingesetzt hätte. Wissen Sie nichts davon, dass Furtwängler Herrn Göring den Staatsrat vor die Füße geworfen hat, dass er seine sämtlichen Ämter niedergelegt hat, dass er Geschenke Hitlers in Gestalt eines Jahresgehaltes von 100.000 Mark eines Hauses und eines Rittergutes zurückgewiesen hat, unter Berufung auf die Not des Volkes, dass er den deutschen Gruß verweigerte, in Wien eine Nazi-Dekoration vor dem Konzert erst vom Podium entfernen ließ und dass er zuletzt selber vor Himmler und der Gestapo in die Schweiz fliehen musste. Glauben denn diese Herren, die ihre Stimme überhaupt erst im Mai 1945 wiedergefunden haben, dass die Entnazifizierungskommission blind oder reaktionär wäre? Max Reinhardt hat in einer Botschaft aus der Immigration in Paris an Furtwängler diesem für sein Verhalten gedankt und erklärt, dass er selber in Deutschland geblieben wäre, wenn er die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Und da sind wir, glaube ich, am springenden Punkt. Furtwängler hing an Berlin, hing an Deutschland, hing an seinem Berliner Philharmonischen Orchester. Seine Konzerte, die Aufführungen bei Gründgens und bei Hilbert, das waren die drei Berliner Oasen, in denen man sich von dem Nazi-Gedröhen erholen konnte. Und Furtwängler hat für sein Orchester unendlich viel getan. Er hat die jüdischen Mitglieder beschützt und im Orchester gehalten, solange er konnte. Er hat später deren Angehörige gerettet. Ich habe kaum in der Nazi-Zeit einen Künstler vom Range Furtwänglers antreffen können, der in einer so entschiedenen und tatkräftigen Weise versucht hat, den Ungeist des Nazitums aus der Kunst heraus zu befördern. Für einen in der ganzen Welt hochgeachteten deutschen Künstler mussten sich aus der Machtübernahme der Nationalsozialisten Konflikte ergeben. Furtwängler sah diese Konflikte und ist ihnen nicht ausgewichen. Es gehört zur Tragik seines Lebens, dass es ihm nicht gelungen war, den Widerspruch zwischen einem bestimmten künstlerischen Bewusstsein, das der Tradition zutiefst verpflichtet war, und politischem Handeln zu lösen. Furtwängler war kein Nazi und auch kein Antisemit. Er blieb aber in Deutschland und diente natürlich als Aushängeschild des Regimes. Aus seinen Briefen und Schriften während der Nazi-Zeit und aus seiner Verteidigungsrede 1946 ergibt sich, Furtwängler wollte seine persönliche Integrität bewahren, was ihm in erstaunlichem Maße gelungen ist. Und er sah seine Mission darin, der Musik, insbesondere der deutschen Musik, über ihre schwerste Bedrohung hinweg zu helfen. Diese Haltung Furtwänglers entspricht einerseits seiner klassisch-humanistischen Herkunft, andererseits seiner romantischen Auffassung des absoluten Künstlertums. Die politische Funktion der Kunst gerade in unserer Zeit, so sagte Furtwängler, ist es, überpolitisch zu sein. Hier liegt meiner Meinung nach der Schlüssel, um Furtwänglers Haltung im Dritten Reich verstehen und beurteilen zu können. Zu diesem Punkt möchte ich Professor Abendroth, Ordinarius für politische Wissenschaften in Marburg, der sich mit dem Problem des unpolitischen, gebildeten Bürgertums, sowie des Widerstandes im Dritten Reich in zahlreichen Schriften auseinandergesetzt hat, fragen. Wie weit ist diese Haltung Furtwänglers typisch für den deutschen Künstler? Sie war zweifellos typisch für eine große Zahl der deutschen Künstler. Nach der Revolution von 1848, verstellt er noch nach dem preußischen Verfassungskonflikt, hat sich die große Majorität des deutschen gebildeten Bürgertums aus dem bewusst politischen Verhalten zurückgezogen und in Wissenschaft wie in Kunst eine ähnliche Verbindung von missverstandener klassisch-humanistischer Tradition und romantischer, bloßer Innerlichkeit gesucht und gefunden. Es ist Furtwängler zweifellos nicht vorzuwerfen, dass er in diesem Gedankenkreis verblieben ist. Und ich möchte sogar sagen, insofern unterscheidet sich Furtwänglers Verhalten von dem eines großen Teils seiner Generationsgenossen in Kunst wie in Wissenschaft. Zum positiven hin, als Furtwängler nicht wie das bei einem großen Teil des gebildeten Bürgertums der Fall war, dabei sich unbewusst, unreflektiert, voll identifiziert hat mit der Politik des Imperialismus und dann auch des Narzissmus. Im Gegensatz zu sehr vielen anderen Künstlern, die nicht emigriert sind, im Gegensatz zu sehr vielen anderen Wissenschaftlern und Literaten, die nicht emigriert sind, ist Furtwängler eben niemals Anhänger dessen, was man nationalsozialistische Weltanschauung nannte. Ja, Furtwängler hat sich den Nazis ja vielfach widersetzt. Würden Sie das als Widerstand bezeichnen? Das war Bewahrung seiner Integrität und seiner Ausgangshandlung. Widerstand war es nicht. Denn im Dritten Reich, wie in jedem anderen faschistischen Regime, ist Widerstand nicht ein Verhalten, das ein Residuum für den Verhaltensträger selbst bewahrt, oder auch ein Residuum für solche, die sich aus der Wirklichkeit dann in ein künstlerisches Erlebnis flüchten, sondern Widerstand ist ein Verhalten, das die totale Inhumanität wirklich bekämpft. Aber eben das war für Furtwängler kein gangbarer Weg. Kein gangbarer Weg, weil er diese Kompromisslage, Bewahrung der Innerlichkeit in einem als inhuman erkannten Regime gewählt hatte. Haben sich diese beiden Prinzipien, persönliche Integrität auf der einen Seite und Dienst an der Kunst andererseits, als der Wirklichkeit gegenüber, als adäquat oder als unadäquat erwiesen? Als inadäquat, denn auch Kunst verstand sich vor diesem Kompromiss des deutschen Bürgertums mit dem Kaiserreich und dem Imperialismus als etwas anderes, auch als Einwirkung auf Öffentlichkeit, wie sie dann etwa von revolutionären Künstlern wie von Brecht, um ein Beispiel zu nennen, zum Ausdruck gebracht wurde. Sie hat sich nur in dieser Periode eben in der konkreten Lage des deutschen Bürgertums als unpolitisch, als überpolitisch empfunden. Es gibt aber in der Realität einer modernen, großen Gesellschaft nichts, was tatsächlich objektiv wirklich unpolitisch wäre. Kampf für Humanität bleibt auch Verpflichtung der Kunst. Darin liegt die Tragik von Furtwängler. Im Mai 1947 kam Furtwängler zum ersten Mal wieder als Dirigent nach Berlin. Nächtelang standen die Berliner Schlange, um Karten zu bekommen. Der Kassiererin des Titania-Palastes wurden die absonderlichsten und rührendsten Angebote gemacht, einige brachten Meissner Porzellanfiguren an, andere Lederschuhe, noch fast neu, weil sie Geld nicht besaßen. Wieder andere glaubten mit der Währung jener Tage, Zigaretten, noch Karten hervorlocken zu können, als längst der Zettel ausverkauft klebte. Ich gehe aufs Podium wie ein Schwimmer in einen Fluss. Ich lasse mich von der Musik wie von einem großen Strom tragen. Wo es die Musik erfordert, werde ich angespannt. Niemals aber schwimme ich gegen den Strom. Die Musik erfordert, werde ich mit dem, Untertitelung des ZDF, 2020 Dieser war nicht nur in den Aufführungen zu spüren, auch in den Proben herrschte trotz absoluter Sachlichkeit die gleiche Intensität. Eine Tagebucheintragung lautet Beim Sprechen ansehen, ruhig sprechen, alles was verlangt wird, ganz verlangen, alles so kurz wie möglich sagen, stets direkten, klaren Blick, wenig lachen, stets aktiv, nie beleidigt, im Persönlichen nicht nachgeben. Erster Konzertmeister der Berliner Philharmoniker war 23 Jahre lang Siegfried Boryes. In den Proben konnte Fortwender nichts mehr aus der Fassung bringen, als wenn er ein unkonzentriertes Orchester vorfand, was natürlich selten war. Dann konnte er so böse werden, konnte den Taktstock ins Orchester feuern und lief vom Podium. Aber er kam dann schnell wieder und war versöhnt, denn viele Musiker verstanden natürlich nicht, wenn er in der Egmond-Uhrtüre beispielsweise, dieses große F am Anfang, kam zu früh. Darüber war er rasend. Er sagt dann halt immer, ich schlage für alle denselben Takt. Aber das hat er natürlich auch sein Gutes. Denn dieser Anfangsakkord, ich habe es von keinem Dirigenten wieder so gehört. Abschließend möchte ich noch sagen, dass wahrscheinlich die Ära Fortwenders die größte und seriöseste in der Geschichte des Philharmonischen Orchesters war. Abschließend möchte ich noch sagen, dass die Ära Fortwenders die größte und die größte und die größte und die größte und die größte. Was geht denn nicht, die Eins zu betonen? Das muss alles wie ein Schleier sein, ohne jegliche Betonung. Und die nicht langsamer. Diese 16. Vorgang muss ich fassen. Die Fischendo ist in der Mitte des Taktes. Nicht schon am Anfang. Sowohl bei Ihnen als auch bei Ihnen war es viel zu früh. Nur ganz und nicht so übertrieben stark. Das ist alles das Melancholische. Machen wir es nochmal. Bitte recht legato. Nicht... Ja, dann lass mit einer hängen. Dass eine Präzision erreicht wird, wenn man hart und klar schlägt, ist ja sehr, sehr einfach. Aber zugleich mit diesem harten und klaren Schlag zu verbinden, alle die übrigen Valleurs, die Werte, die man dem Orchester bei mischen will und muss. Nicht wahr, entweder einen harten Klang oder einen Weichklang, ein Legato, ein Staccato, Übergang. Alter, das liegt eben in der Schlagtechnik. Diese Schlagtechnik in diesem Sinne eben ist der Dirigent selber. Das ist jeder hat eine andere. Das ist das Persönlichste, was es gibt. Genauso wie jeder große Geiger einen anderen Ton hat. Man weiß nicht, wenn er mit einem Kreisler auf einer Geige spielte, auf irgendeiner Holzkiste, dann ist es trotzdem plötzlich Kreisler. Und das ist bei Dirigenten auch so. Der Schlag, wenn der Nikischer reingeschlagen hat, sofort klang das Orchester vollkommen anders. Als bei irgendjemand anders geklangen hat. Bei wirklichen Dirigenten hat jeder seinen Schlag an sich und der Schlag beeinflusst den ganzen Klang. Von Pfingsten 1947 an dirigierte Furtwängler wieder regelmäßig in Berlin. Im Herbst desselben Jahres musizierte Yehudi Menuin zum ersten Mal mit Furtwängler. Spannende Musik Ja, diese Stelle, wie auch das ganze Konzert, aber vielleicht besonders diese wunderbar träumende Stelle, ist für mich eine der schönsten, der wertvollsten Erinnerungen, die ich habe von Furtwängler. Er wusste, eine magische Stimmung von den Musikern und von der Musik und sogar von seinem Solisten herauszusehen. Und das bleibt für mich eine ewige, lebendige Erinnerung. Es ist so traurig, dass ich dieses Konzert und auch alle anderen Violinkonzerten nicht mit ihm öfters und jetzt noch spielen kann. Sogar als es geschiete, dass ich das Beethoven-Konzert mit ihm verschiedene Male gespielt habe, habe ich in einem Moment, als ich spielte mit ihm, mir versprochen, dass ich das Konzert nie mit einem anderen spielen würde. Aber natürlich, das war unmöglich. Und ich, weil das Beethoven-Konzert lebt weiter. Es wird auch, ich hoffe, 100 Jahre von jetzt immer wieder gespielt, auch wenn wir nicht mehr da sind. Aber das Konzert bleibt für mich mit Furtwängler verknüpft. In einer Zeit, in der Deutschland weder Ansehen noch diplomatische Vertretungen im Ausland besaß, wurden die Berliner Philharmoniker unter Furtwängler zu Botschaftern der Musik. Furtwänglers Musizieren war Inbegriff der großen Werke von Bach, Beethoven, Brahms und Schubert. In Italien ist sein Name mit Wagner, in Frankreich vor allem mit Schumann und Brahms, in England mit Bruckner verknüpft. Die Philharmoniker spielten in Wien, Rom, Mailand, in der Schweiz, Skandinavien, in den Festspielorten und in Paris und London, wo Furtwängler Brahms' vierte Sinfonie dirigierte. Körsen 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 Musik 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 Konzerte und Tourneen mit den Wiener Philharmonikern, auch Opernaufführungen während der Salzburger Festspiele folgten. Hier festigten sich die Beziehungen zu Oskar Kokoschka und seiner Frau. Sie waren am Genfer See in Villeneuve Nachbarn geworden. Wilhelm Furtwenger kam im letzten Jahr öfter zu uns, noch 54, glaube ich, war das, mit seiner Gemahlin. Da war er immer dort in der Ecke gesessen. Und ich musste vorsichtig sein, weil er sehr groß war, dass ich nicht die Kopfanschlüsse an dem Bord hatte. Und ich habe gerade die Thermobilen beendet gehabt. Er war sehr interessiert. Die Thermobilen, die Mittelfigur hat ihn besonders interessiert, der Zauder, wie ich ihn nenne. Und da hat er, er war sonst schweigsam. Er hat ja nur das Bild angeschaut und sich sehnt. Und plötzlich hat er angefangen, in einer merkwürdigen Weise zu sprechen, von seiner Jugend, von seinen griechischen, von seinen Besuchen in Griechenland. Und ich habe das Gefühl gehabt, wir alle plötzlich, also wenn ein Seher hier stehen würde, gerade diese Mittelfigur, die ja auch so einzeln, so isoliert in dem Schlachtengedümmel steht, die Thermobilen, der Leonidas. Und wir alle hatten das Gefühl, er spricht vom Schicksal des antiken Griechenlands. Und wir dachten, das wäre unser Schicksal. Das war ein sehr ergreifendes Wort das letzte Mal, wenn er hier war. Das Schicksal der europäischen Zivilisation. Damals hat er mir auch einen Vorschlag gemacht, der mich sehr interessiert hat. Ein Problem, die Aufführung der Zauberflöte in Salzburg, die im nächsten Jahr dirigieren wollte, bei den Festspielen. Und wo, fragte ich, in der Reitschule. Das ist unmöglich, das ist ein Problem, das man nicht lösen kann. Das ist unmöglich, das ist ein Problem, das ist ein Problem. Ich glaube, wir haben es damals gelöst. Und er war begeistert, wenn ich ihm die Zeichen einige Monate später liefern konnte, zeigen konnte in Clarence, wo er wohnte in unserer Nähe. Leider ist es nicht mehr dazugekommen, dass Wilhelm Furtwängler die Aufführung dirigieren konnte. Er ist vorher gestorben. Die letzten Jahre. Aufgaben, Probleme, Strapazen, Ruhm. Weitgespannte Reisen, Caracas, Ägypten. Pläne für eine Amerika-Tournee mit den Philharmonikern 1955. Auch fand er immer noch Zeit, mit fremden Orchestern zu arbeiten. In der Oper setzt er neue Maßstäbe. Mit Wagner in Italien, Weber und Mozart in Salzburg. Applaus 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 UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Das erste Mal, dass ich nach dem Krieg vor einem großen internationalen Publikum singen durfte, war mit Wilhelm Furtfängler in Luzern. Er dirigierte das Brahms Requiem. Und ich kam erst sehr spät an und war fürchterlich ängstlich. Es ging dann aber alles gut und wir haben, wie Sie ja wissen, sehr viel zusammen musiziert. Ich durfte sehr viel Oratorien mit ihm singen, sämtliche Passionen von Bach und sogar Berlioz und oftmals die 9. von Beethoven. Und bei einer 9. von Beethoven war es auch, dass er mich fragte, ob ich zu einem Liederabend, den ich in Salzburg bei den Festspielen geben würde, schon einen Begleiter hätte. Das war nämlich ein Gedenkjahr für Hugo Wolf und ich hatte noch keinen Begleiter. Und er sagte, Wilhelm Furtfängler, ja, würden Sie mich eventuell akzeptieren als Begleiter am Klavier? Na, also das war das Großartigste, was er für meine Begriffe je gemacht hat, weil kein Mensch hat gewusst, wie wunderbar er Lieder begleitet hat. Und er hat sich dann in Salzburg hingesetzt und täglich Tonleitern geübt. Man konnte an seinem kleinen Schlösschen in Arniv vorbeigehen und dort hörte man ihn üben, Tonleitern. Und wir haben enorm probiert. Es war sehr anstrengend, weil er war ja ein großer Romantiker und seine Tempi waren nicht immer schnell, aber immer richtig, weil er es eben war. Ja, und das muss ich auch noch sagen, in den Opern, viele Leute haben gemeint, seine Tempi waren so langsam. Und zum Beispiel im Figaro, die Arien der Gräfin sind weiß Gott, langsame Stücke. Und wenn Furtfänger das dirigiert hat, war man auf Händen getragen und man hat nie zweimal atmen müssen. Es ging auf die leichteste, einfachste Art der Welt. Und das war einmal. Und das Schönste daran war dann immer noch, dass er bei den Opernvorstellungen intensiv probiert hat. Jedes Mal vor der Vorstellung hat er mit allen Sängern am Klavier gesessen, probiert. Nach der Vorstellung alles kritisiert, wieder probiert. Ja, das waren halt Vorstellungen. Am 20. September 1954 stand er zum letzten Mal im Berliner Titania-Palast auf dem Podium. Mit der ersten von Beethoven und seiner eigenen zweiten Symphonie nahm er Abschied von der Welt der Konzerte. Es folgten noch Schallplattenaufnahmen in Wien. Danach erkrankte Furtwängler an einer Lungenentzündung und starb am 30. November 1954. Er wurde in Heidelberg beigesetzt. Er wurde in Heidelberg beigesetzt. Im Januar 1956 wurde Furtwänglers nachgelassene dritte Symphonie von Josef Keilbert mit den Berliner Philharmonikern uraufgeführt. Im November 1967 dirigierte er sie auch in Bamberg und Salzburg. Wilhelm Furtwängler hat seine dritte Symphonie im Cis-Moll, in der er auch für ihn so schweren Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg komponiert. Das geht schon aus der Bezeichnung der Sätze hervor, die er leider später wieder gestrichen hat. Aber zum Verständnis des Werkes ist es vielleicht gut, wenn diese Bezeichnungen doch bekannt werden. Der erste Satz ist bezeichnet Verhängnis, der zweite Leben, der dritte Jenseits. Bei den Proben zur Urauführung 1955, die ich in Berlin mit den Philharmonikern zu leitende Ehre hatte, hat sich herausgestellt, dass der auch vorhandene vierte Satz in dieser Form nicht spielbar ist, das heißt kompositorisch und auch instrumental nicht vollendet ist. Wir haben uns dann damals entschlossen, das Werk dreisätzig zu spielen, das heißt mit dem dritten Satz, mit Jenseits bezeichnend, zu schließen, was zum Anlass des Gedenkens an Furtwängler ein Jahr nach seinem Tode sehr schön und passend war. WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR 2021 WDR mediagroup WDR 2021 WDR mediagroup WDR mediagroup WDR 2021 WDR mediagroup WDR mediagroup WDR 2021 Durch die Vielfalt seiner Produktivität ist Furtwänglers Wirkung lebendig geblieben. Nicht zuletzt durch seine Plattenaufnahmen. Dabei war er fast schallplattenscheu, hat die Möglichkeiten dieses Mediums nicht wahrhaben wollen. Viele seiner besten Platten sind ursprünglich nur Konzertmitschnitte gewesen. In den Archiven der Sender liegen noch viele dem Publikum nicht zugängliche Aufnahmen. So zum Beispiel in Rom der gesamte Ring des Hiebelungen. Er ist Zeit seines Lebens leidenschaftlich bejaht. Er ist zuweilen heftig bekämpft worden. Früh schon zum Komponieren berufen, aber sein Leben lang der Musik anderer verpflichtet. Hierin lag etwas Tragisches. Er hatte das Unmögliche gewollt, als Dirigent und als Komponist verstanden zu werden. Komponieren war für ihn die entscheidendste Sache im Leben. Doch das Publikum forderte den Dirigenten. In Wirklichkeit war das Dirigieren das Dach, unter das ich mich im Leben geflüchtet habe, weil ich im Begriff war, als Komponist zugrunde zu gehen. Trotz alledem. Ich kann nicht anders als so leben, wie es mir aufgetragen ist, als das zu tun und zu wollen, was aus meiner Natur kommt, an deren Richtigkeit im tiefen Sinne ich unerschütterlich glaube. Nicht nur der Erfolg, nicht nur die Begeisterung der Menschen hat ihn zu dem gemacht, den die Welt liebte. Auch die Spannungen, die Enttäuschung des Nichtverstandenwerdens, die verzehrende Arbeit am eigenen Werk, formten seine geistige Existenz, gaben ihm Größe. So ist er nicht trotz seines Komponierens, sondern eben dadurch geworden, der er war. So ist er nicht trotz seines Komponierens. So ist er nicht trotz seines Komponierens. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020